so tag allerseits hallo und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen fashion und freshen live stream round wo wir heute mal was spielen was ich total cool finde zumindest von der erzählung es heißt revancher revancher ist ein cooles spiel jetzt einfach mal rein ich bin gespannt aktuell läuft der stream seit 1 30 mal gucken ob der ein oder andere bock hat hier reinzuschauen heute können die zuschauer bei twitch und das finde ich total cool die können hier und heute der chef sein wir machen ein neues spiel ich würde jetzt weiß nicht warum ich das andere spiel ich habe also mal ganz kurz angetestet was ist das da unten ist ein kleines männchen erschienen gerade ok ja 1 tag 1 alles begann wie ein ziemlich normaler tag in tims leben tim ist heute der entscheidende mann drücke alle taste ich habe also in controller hier alten controller von der playstation 3 tims haus hier sind tim pfeil tasten ist bewegen z ist springen aktion mag ihm das habe ich vorgeschlagen gekriegt für lauer also kostet aktuell zwei euro habe ich vorgeschlagen gekriegt soll ich noch mal zeigen mag ihm das wird dir gefallen außer du kennst es schon vielleicht kennt sich auch schon weil ich sagst jetzt auch das ist ja ein schwachsinn hier so z springen x aktion ich kann also schon mal springen und ich bin ich bin hübsch guck mal ich sehe auch aus wie ich aussehe ich finde das ist niedlich so guten morgen tim der kirch erwartet drinnen auf dich wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal gucken was ist da los das ist noch cooler als choice chamber glaub mir das mag ihm so guck an wie niedlich ich aussehen ich bin absolut gut zu erkennen lol moin darfu herzlich willkommen darfu das ist das spiel noch cooler als choice chamber wirklich der dunkle lord hat die prinzessin zu seiner festung im osten gebracht schnapp dir das legendäre schwert im westen und erfülle dein schicksal jetzt sehen wir hier oben ist auf jeden fall was jetzt kann ich die kiste aufmachen was habe ich gekriegt ich habe ein heldenschild guck mal ich kann jetzt mich schon mal schützen sieht geil aus kann man nicht anders sagen ne bitteten beeilt euch und bringt meine tochter zurück nehmt diesen hier schon mit um euch auf die reistische haben wir jetzt schon jetzt ist hier jetzt kommen wir nicht durch weil pass auf jetzt kommen wir nicht durch weil brücke gehen wir zurück das kann ich schon jetzt zeige ich euch was hier los ist achtung das ist so cool das spiel ich habe vorhin den anfang gemacht revenge heißt du fängst an scheitert macht es wieder von vorne scheitert wieder macht es wieder von vorne und das ist einfach total cool pass auf jetzt gehen wir mal hier rüber hier unten ist irgendein monster keine ahnung was man mit dem machen können wir können es auch schon mal abblocken so jetzt kommen wir hier rein jetzt ist hier ein kühlschrank pass auf jetzt sehen wir es ist gemacht für twitch livestreams es heißt streamer platziere deine webcam in diesem bereich und du siehst ich habe es schon gemacht da oben in dem habe ich mich platziert first type join jetzt muss einer von euch beiden join tippen wenn er bock hat der held zu sein denn dann sie ist tim hat die heldenagentur angerufen um einen ersatz zu finden gebe join einen in den chat um den anruf anzunehmen einer von euch könnte jetzt quasi den anruf annehmen ibe markiem hat hier gewonnen jetzt kann man nämlich hier zum beispiel könnte man jetzt sogar auch sagen wer die meisten cheers hat oder wer abonnent ist oder was weiß ich hier kannst du also alles mögliche machen ich habe einfach gesagt wer zuerst join ein tipp der ist jetzt hier der macher da markiem ist er der macher ibe markiem ist der neue held des königsreichs und er hat nur ein schild so jetzt pass auf let's go das funktioniert jetzt hüpfen wir hier mal hoch das ist also mit westen gemeint das pass auf und adi hopp ich spiele so auf dem controller ich dachte es muss ich um die ausbildung habe ich gedacht was ist das ich will ein schwert und eine rüstung es ist gefährlich alleine zu gehen ok hier schwert der legende leicht wie der wind in den händen eines würdigen helden lass das gewicht in der gerechtigkeit auf die mächte des bösen fallen da ist es du erhältst das schwert der legende ibe markiem schwert und rüstung rüstung haben wir noch nicht aber schwert haben wir wir können uns hier guck mal das schwert volle kann ja kommen wir schon kriegst du nicht pass auf pass auf kann man hier schon ausbilden und so ok ebe markiem wollte unbedingt sein neues schwert ausprobieren er konnte es kaum erwarten dass sein ein scherge des bösen auftauchte und er start den ältesten am anderen ende der höhle er hat auch seine brieftasche gestohlen was für ein idiot das wollte ich jetzt nicht unbedingt es ist gefährlich in der nähe von ebe markiem zu sein ok 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 wir haben das erste von 100 enden schon geschafft ok pass auf abenteuer galerie ein ende haben wir schon gesehen von 100 enden vier jahre später nur 96,44 prozent aller helden sind soweit gekommen ach du dickes ei ok 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 aber wir bleiben dabei ebe markiem verbrachte eine lange zeit im gefängnis für diesen mord nachdem er wieder auf die straße entlassen wurde überlegte er seinen namen im optionsmittel zu ändern um seine persönliche marke zu verbessern wir bleiben bei ebe markiem oh wir können jetzt noch schlafen gehen das heißt aber jetzt auch scheiß jetzt haben wir nicht mehr als jemand müssen wieder hochgehen der kunig war dann immer noch wir müssen noch mal das schwert holen ok also wir wissen jetzt jemanden umbringt das hat das das bringt es nicht ok komm lass gehen hallo ältester es ist gefährlich einzugehen ach du bist also nicht mehr böse auf mich ok geben wir das schwert ok wir haben das schwert diesmal was ist das hier können wir was machen nö ok wir haben ein schwert da 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 toll jetzt bin ich vorbestraft und wo ich ist schuld was ist das ach so das hast du geschickt ach alles was du schreibst jetzt im spiel das ja noch das ist ja geil ich nehme auch ein sniper alter ohne was war das achte mal auf die musik das klingt nach selda ja genau ich mag ihm richtete diesen scherkel wirklich übel zu er stach tagelang darauf ein bis er zu einem teich aus purpurrotem brei wurde warum wir markiem woher kommt solch eine unermessliche hast das ist eigentlich ein zickendes wesen ich find's einfach nur geil ich wollte doch nur ach nö komm drei wochen später habe ich den also zu sehr verletzt ich muss mal schnell mein mikrofon ein bisschen leise stellen ich glaube ich schreie zu viel rum was ist passiert oh spiel es aus ok das stimmt die musik ist total von zelda geklaut genau diese idee hatte ich heute auch schon mal als ich es am anfang gehört habe ok wir sind nach hause zurückgekehrt und wieder das muss ich wieder das schwert neu holen ok drittes mal ja kommt ja der zweifel doch oder der zöger der auch nicht mich platt zu machen das muss man ja einfach mal hier sagen jetzt aber noch mal ok den ältesten darf man nicht umhauen und auch bedürfen auch nicht nur es ist einfach total cool ich finde ja wir können fliegen ok also einmal hauen darf man und dann habe gar nichts liegt an quitschi schlechter einfluss ok wir sind aber könig klauen nicht ok also übel zu richten dürfen wir die auch nicht wir sind kein böse was das das ist nicht kann man was hat das für einen sinn hier zu schlafen ok wollen wir gegen den soldaten kämpfen nee ich greife nicht an ok ich greife jetzt nicht an ich gehe herein hallo moin moin der dungelort hat präsentielle festung im osten geschleppt dann gehen wir jetzt hin geben wir das schild ok wir haben heldenschild und schwert jetzt geht es aber hier raus guck mal jetzt geht auch die brücke auf ja lol wir haben wir diverse andere schergen noch das ist doch ein rpg oder ich dachte ich werde hier besser durchs kann ich schwimmen was sind ja kann ich schwimmen töte den könig ob ich schwimmen kann was denkt ihr kann ich jetzt also wenn ich hier reingehe ich habe angst es auszuprobieren diese saat wurde vom drachen komplett zerstört gott sei dank waren unsere restlichen lebensmittelvorräte sicher unter der erde ok der tut mir nichts was ist mit dem geheimgang entdeckt dazu fällt mir die szene aus wäre ein ich bin ein könig ich bin als werner ok ja ja stimmt alles klar verstehe ich ach total cool dass der mark ihn jetzt hier guck mal was haben wir denn jetzt äh aha spiderman genau aber jetzt komme ich ja nicht mehr raus doch so ah das wollte ich nicht ich wollte jetzt noch ich will ja hier nicht wieder ach guck mal das brauchen wir sogar anders wären wir nicht hochgekommen ok verstehe ich das habe ich jetzt verstanden aber die musik ist das total cool oder was hat das für einen sinn hier kommen wir jetzt nicht rüber ne doch da oder hinten da hinten kommen wir hoch oder pass mal auf wenn ich jetzt hier so mache ja leil cool der geht hoch da ist ne schwarze kugel gucke pass auf was ist das ne kanone ne kanone oh der witz jetzt was ist denn das wo bin ich jetzt wo bin ich der laden hallo ich bin zu 100% ausverkauft zugleich keine sachen für dich ok danke für nichts was ist das ok wir können also schwimmen wie ich sehe äh ich kann nicht hoch springen ach so ich kann aber kanone von super mario 64 ach echt jetzt das war mir gleich bewusst aber ich komme ja nicht hoch was mache ich denn jetzt aha ah ok ja guck an da ist ein weg aha und jetzt was ist das ohje wo sind wir denn jetzt gelandet heieiei das sieht für mich gefährlich aus da drinnen ist ein knopf da ist rechts ist da ein knopf warte ok gehen wir da hoch äh können wir da oben jetzt ran oder was ist das ne was macht man denn jetzt hier ach so doch ah ok ah geheimweg geheimweg wer findet denn so ein spiel ne ist doch das nicht was und jetzt komm ich denn nicht da fuhr wie lange hast du eigentlich geschlafen ah ok habt ihr wieder gestern abend gezockt oder was hab ich gar nicht gekriegt was mach ich denn jetzt hier kommen wir da nicht hoch können wir da drüben irgendwo reingehen nö können wir hier durchgehen mach mal was mach mal was wieso komm ich da nicht hoch ich bin zu schwer dafür komm mal da drüben rechts rüber komm ich da rechts rüber was meint ihr schaffe ich das oder sterbe ich jetzt wenn ich das feuer falle sterbe ich da jetzt gleich ins feuer fallend ich hab da ein bisschen angst gerade ich könnte aber probieren habt ihr vielleicht eine idee wo ich mich lang wuseln könnte kommen wir hier raus nö ich kann ja nicht schneller rennen ich kann ja nicht höher springen und nichts also hier geht wahrscheinlich nichts gute 5 war noch bis knapp 6 wach ach du dinges Ei ich versuche es einfach mal da rüber zu springen ne ach guck das geht doch so ganz einfach sogar knapp ein Fahrstuhl ok ok schnell jetzt rüber das ist erstmal nicht das große warum sind wir denn jetzt ah danke was ist das da oben für den Fahrstuhl den muss ich doch ein kann ich hier einfahren warte mal kann ich hier oben drauf hüpfen erstmal probieren tja also hier geht natürlich das muss man erstmal alles rausfinden wie das funktioniert ne Reventure das neue was nu ach das super mach ich denn jetzt ach so ich bin da draußen aus der gefährlichen Hülle warum sucht denn das jetzt so extrem nah ran kann man das nicht wieder raus abwasserkanäle des Königsreichs äh Königsreichs wo komme ich denn jetzt raus ist ist mir schon nach unten gefallen ok was ist das hier Ende der geheimen Passage na danke bis zum nächsten Mal